Ich helfe dir endlich bist du mal hilfreich Das Ding kannst du aber immer so schnell biegen Was siehst du weder hat sie da ganz oben in der stadt die hauptwege in die stadtmitte sind versperrt ich habe keine ahnung wie wir dorthin gelangen sollen ich finde schon ein weg general Okay cool 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 Ich bin nur wegen juno hier general Oh Warte mal vielleicht Sucht die ganze zeit auch ein welcher versteckend ding Holy shit Juck keinen dass du wieder im spiel bist Weil du nix tauchst Aua Das Ding hat mich aus der luft gegrabt Aua Aua Ey was geht Kann ich das nicht auch greifen Irgendwie so ein finisher move machen oder so annehmen Nein kann ich nicht Warum kaufst du dir das Ding echt aus wie general grief ist so ein bisschen Abgesehen vom Umzeitkieter Wie sehen die hin Ich stelle ja keine zwei sachen gleichzeitig aufheben ne Mach doch nur irgendwie sie nie Ob du was geiles gesehen hätten Aua Kommt Aua zu früh ich weiß Jetzt verarschen Ho Ho Lähe Ho Easy So was kriege ich hier bestimmt wieder laserswert nicht wahr Ähm Digga Der ganze Boden ist nass Die müssten alle Schaden kriegen von diesem scheiß Stromschlag Halt's Maul Komm schon Bruder So dicht Warte mal kann ich hier rauf Nur ein bisschen brauche ich Ich brauche nur ein bisschen höher Ein kleines bisschen höher Shit Ok Mal Hm 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 Ok So mein Fehler Komm ich hier vielleicht rauf Nein, komm ich nicht. Weil es könnte von der Höhe passen. Vielleicht von der anderen Seite. Ich glaube, ich weiß schon wie. Und zwar hier rauf. Oder wollte ich diesen. Mega. Ich weiß, du bist großartig, der. Komm, schieß. Schieß jetzt, komm, schieß Raketen, Idiot. Jetzt schieß doch mal deine scheiß Raketen. Was machst du sonst irgendwie ein Weltmeister? Geht so, danke schön. Leu, was Deck hat gemacht? Die gehen da zu kämpfen, ne? Ist auch immer ein Krampf. Kürz. Ich glaube, ich habe den B gedrückt, aber trotzdem. Geh mal. Boom. Äh, okay. Wo bin ich denn jetzt? Hä, wo bin ich? Hä? Hat der mich so weit nach hinten gehauen? Ja, moin, Digga. Wo bin ich denn hier gelandet? Alles klar, Digga. Ja, komm, schieß dein Raketen. Dankeschön. Nochmal. Einmal noch. Obwohl, ich hätte das nutzen können, ne? Ich hätte mir Gegenstände von dem mitnehmen können. Obwohl, ich finde es auch noch was. Und noch mehr, diese Gegner. Kann ich mal was anderes finden? Okay. Aua. Warum bist du nicht gelähmt von meinem Blitz? Du bist eine scheiß Maschine. So, wo bin ich jetzt schon wieder? Was gibt es denn? Ich bin schon wieder hier, ne? Ne. Okay. Oh, fast war ich weitergeran. Aber auch nur fast. Okay. Okay. Ey, es muss doch einen Weg geben, da raufzukommen. Echt? Die kommen nicht da rauf? Ja. Bruder. Ehrenhaft. So, gucken wir mal ganz kurz, was für die Schwerte ich wieder habe. Vielleicht habe ich ja ein geiles gekriegt. Oh, yeah. Oh, yeah. Genau das Ding wollte ich haben. Geil. Ich liebe das. Das gab es genauso im ersten Teil. Oh. Das sieht echt geil aus. Puh. Oh, vielleicht, vielleicht. Okay, ist nichts. Durchziehen. Jawoll. Direkt ein Gegner. Hey, Leute. Was geht ab? Oh, ähm. Sorry. Ich kann jetzt gerade mal das Ding machen. Blitz, Brody. Lol, der ist lila jetzt. Oh, der ist jetzt. Aua. Digga. Ich will mal dein Scheiß nehmen. Alter, diese kleinen Spinnen nervt. So, das haut, ne? Holy shit. So, die werden jetzt mal komplett alle wegrotzen. So. Krieg Gänsehaut. Ah, oh. Gänsehaut. Oh, nein. Hui. Es sieht schlimm aus, Starkiller. Ich bitte dich nicht gerne darum, aber... Ich kann nicht. Ich hab mir nicht schwächer aus der Halle. Guckt. Oh, scheiße. Oh. Schock gekriegt. Ich weiß, was du für sie empfindest, aber sie ist nur ein Offizier. Wir verlieren die ganze Rebellion, wenn du uns nicht hilfst. Es tut mir leid. Ich kann nicht. Oh. Da hab ich grad echt nichts getroffen. What the fuck, Alter. Ich hab grad aus Spaß einfach nur mal kurz im Kreis gedreht. Jawohl. Aber was ist los mit dir? Aber. Du schön wieder. Hui. Die kommt auf euch nicht raus, ne? Absechnen. Mann, Abflug. Vollidiot. Du auch. Mann. Abflug. Ja, boin. Der Bonusanscheid frisch gewischt, so wie der geflogen ist. Boah. Ich sollte ihn eben genauso. Der lebt noch da hinten. Willst du mich verarschen? Wieso lebst du noch? Ihr habt's schon gesehen. Die uns waren sich ja da. Aber das Gute ist, die können auch alle Abflug machen. Oh. Der ist einfach so gestorben. Ich meine Blitze. Okay. Noch mehr Gegner! Hab ich nicht langsam genug von euch getötet? Noch jemand? Ich wollte gerade sagen, da kommen jetzt noch mehr Gegner. Ich dachte, da kommt so eine komische Kapseln da raus. Hui. Keine Ahnung. Äh. 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 Ähm. Okay. Wir konnten sie abwehren. Gerade eben. Kota, hör zu! Es gibt tausende von ihnen. Er klont eine Armee. Sie sind... Ich spüre sie. Sie sind wie ich. Die Macht ist stark in ihnen. Wovon redest du? Er hat eine Armee geklont. Das ist unmöglich, das... Wir sind unterwegs. Ah, ich muss da rein. Okay, ich hab's verstanden. Jetzt geht's hier ja los, Leute. Jump and run, Bruni! Woo! Höh? Hab ich da gerade durchgefallen? War doch so ein Ding. Neun, ey. Da war ich überhaupt Fortschritt? Hab ich gerade überhaupt in Höhe gewonnen oder so? Hui. So, hier rüber. Hier rüber. Was ist Mauder hinten? Komm mal ran hier auf mir. Mach einen Abflug! Geht doch. Warum können die sich alle teleportieren? Was ist los mit euch? Du bist besonders, Digga. Du bist ganz besonders. Komm her! Also, jetzt muss ich das Ding bestimmt da rüberschieben, ne? Oh! Oh! So, jetzt kommst du wieder dorthin. Und jetzt kann ich da lang. Yay! Oh! Ich sag nur, wadduf! So, jetzt hier rüber. Und jetzt wieder hier rüber. Jetzt das Ding nach oben. Jetzt mal hier rüber. Yep. Alter, wie lang geht denn dieses Jump-and-Run-Ding noch? Mein, der hört sich auf keinen Bock mehr. Oh, dann geht's weiter. Geil. Ich dachte schon, oh mein Gott. Ich dachte schon, es hört jetzt auf. Ich dachte schon, ich wäre durch, Alter. Oh, das wäre ja katastrophal gewesen. Dann wäre der ganze Spielspaß ja auf einmal weg. Ja, ich bin da. Ja, ich bin da. Oh! Verarschen. Hätte ich auch Hoffnung. Mann. Abflug. Du auch. Hint er. Ja, ja. Äh. Oh, so ein Warnier schön ist. Ah, Gegner. Geil. Kann ich hier rein? Komma. Kommt mal stehen. Nein, die Güte. Wie? Noch mehr Gegner? Im Ernst? Ja, ich habe es gemerkt, dieser Schwert hat meinen Rücken. Boah. Diese HP hast du. Oh lol, der hat kein Kopf mehr, oder? Der war schon längst ruhig. Ja, Moin, Digga. So, jetzt muss ich aber los. Ich bin auch nicht mehr. Oh Gott, noch mehr Jump at Run. Wir wissen noch nicht, was genau geschehen ist. Ich sagte doch, niemand kann einen Jedi klonen. Hoffentlich habt ihr recht.